Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 117. Episode von Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und nachdem wir Freitag gerade erst in einem Radiostudio gesessen haben, sitzen jetzt wir in unserem kleinen Hoaxzilla HQ-Studio, um diese Episode aufzunehmen. Leider nicht schallisoliert und jederzeit vorbeistreunende Katzen könnten sich in die Sendung einbauen. Ja, aber trotzdem werden wir wieder versuchen, eine interessante Sendung aufzunehmen. Und damit es dann auch gleich losgeht über den Radioausflug und so werden wir nachher nochmal berichten, machen wir da erstmal weiter. Die Story der Woche. Wir begeben uns diesmal in der Story der Woche in die Lüfte, genauer gesagt auf einen stinknormalen Linienflug. Und als dieser schließlich planmäßig am Flughafen landet, machen allerdings die Arbeiter an der Gepäckabfertigung eine schreckliche Entdeckung. Und zwar finden sie eine tote Katze ganz normal in eine der üblichen Kisten für solche Fälle verpackt. Und sie sind darüber so schockiert, weil sie vermuten, dass die Katze während des Fluges umgekommen ist, trotz des normalen Transports, dass sie einen Angestellten losschicken, dass er in der Zoohandlung ein möglichst ähnlich aussehendes Tier besorgt. Und schließlich können dann die Angestellten der Fluglinie eben dem Eigentümer ganz normal das Gepäck präsentieren und eben auch die Kiste mit der dann mittlerweile wieder lebenden Katze. Und der Eigentümer ist vollkommen entsetzt und sagt sofort, das ist nicht meine Katze. Und der Angestellte der Fluglinie ist dann irgendwie mehr oder weniger ziemlich schuldbewusst und auch total überrascht und meint, wie kommen sie denn darauf? Und der Eigentümer erwidert seelenruhig, weil meine Katze tot war und ich sie nur überführen wollte, um sie zu Hause zu beerdigen. Tja, doof gelaufen an der Stelle, ne? Ja, das ist dann relativ eindeutig. Hätten wir mal auf die Papiere schauen sollen, aber das gibt uns schon das Stichwort Katze. Ja, passt rein zufällig. Das Thema der Woche, da könnte mal ein Wettner redaktionär was geplant. Und dann machen wir erstmal weiter mit unserem Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, im Thema der Woche, ihr habt es gerade schon gehört, das war der Schrei eines Panthas, soll es mal wieder um Kryptozoologie gehen? Ein Thema, was wir lange Zeit nicht behandelt haben. Und in diesem Fall soll es primär um die British Big Cats gehen. Oder überhaupt die Alien Big Cats, genau, wie sie ja in ganz Europa vorzukommen scheinen. Das heißt also in England, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und wir alle wissen, dass es normalerweise hierzulande keine Panther, also keine schwarzen Panther, sprich schwarze Jaguare und schwarze Leoparden gibt. Aber dennoch werden sie in regelmäßigen Abständen immer wieder gesehen und man vermutet da regelrechte Populationen. In Australien soll es solche Sichtungen auch geben, das klammern wir an der Stelle immer aus, weil das sonst den Rahmen ein bisschen zu groß gemacht hätte. Aber all das, was wir euch hier jetzt erzählen, wird auch für Australien Gültigkeit haben. Und ja, das Besondere zunächst mal ist ja die Tatsache, dass es diese Tiere bei uns erstmal gar nicht gibt. Ja, das ist richtig und jetzt werden sich manche wundern und sagen, hör, wieso Kryptozoologie? Das sind Tiere, die es wirklich gibt und Kryptozoologie befasst sich doch nur irgendwie mit Nessie, dem Yeti und Bigfoot und Co. Es handelt sich dabei schon um ein kryptozoologisches Thema und zwar ganz einfach deswegen, weil es sich um sogenannte Out-of-Place-Sichtungen handelt. Das heißt also um Kryptiden deswegen, genau, weil die Tiere dort gesichtet werden, wo sie normalerweise auf natürliche Art und Weise gar nicht vorkommen. Ich habe gerade schon den Begriff British Big Cats eingeführt und bin dann natürlich etwas korrigiert worden mit den Alien Big Cats. Aber die Fokussierung auf die britischen Inseln ist zunächst mal nicht so ganz verkehrt, denn es gab in Großbritannien eine Besonderheit, die dazu geführt hat, dass es dort mehr Raubkatzen, große Raubkatzen als anderswo gegeben hat. Und zwar, gehen wir so ein bisschen geschichtlich zurück, gab es die Möglichkeit, sich das, was man als gefährliche Tiere vielleicht mal salopp nennen will, relativ problemlos in Großbritannien zu halten. Bis zum Jahr 1976, denn dort hat man sich dann entschlossen, den sogenannten Dangerous Wild Animals Act ins Leben zu rufen, der dafür sorgte, dass gefährliche Tiere, die insbesondere für Dritte gefährlich sein können, unter ganz bestimmten Auflagen zu halten sind. Und zwar unter solchen Auflagen, die sicherstellen, dass niemand durch so ein, in Anführungsstrichen, gefährliches Tier verletzt werden kann. Hatte man also bis dahin Raubkatzen, Leoparden oder sonstige Tiere bei sich zu Hause unter Umständen sogar im Wohnzimmer rumlaufen, weil man gesagt hat, naja, die sind auf mich geprägt und zahmend. Wenn sie klein sind, dann sind die ja total niedlich und so und dann verfallen viele Menschen so auf die Idee, ja, wenn ich sie dann von klein auf groß ziehe, dann sind sie so an mich gewöhnt, dass sie mich schon nicht beißen werden. Genau. Ja, falsch gedacht. Falsch gedacht. Und diesen Menschen wurde jetzt also auferlegt, Gehege zu halten, vernünftige Sicherheitsbestimmungen einzuhalten oder aber dann, wenn sie das nicht konnten, die Tiere abzugeben. Und da kommen wir zum ersten Punkt, der also zu diesen vielen Geschichten geführt hat. Es wird vermutet, dass sehr viele Leute damals ihre Raubkatzen haben einfach ausgesetzt. So wie man ja in den Sommerferien das ganz oft kennt, dass Hunde ausgesetzt werden sollten, die also ihre Raubkatzen ausgesetzt haben. Und 1976 war das, ich habe es gerade schon einmal gesagt, gibt es jetzt also Vermutungen, die sagen, diese Tiere, die man damals dort ausgesetzt hat, haben eine Population von Raubkatzen, die sonst nicht auf den britischen Inseln existiert hätten, hervorgebracht, die noch heute genügend groß ist, als dass sie dort Schafe reißen könnten oder andere Tiere angehen könnten und vor allen Dingen in einer Populationsgröße sind, dass sie sich dort einfach weiter vermehren und weiter existent sind. Das ist ein Teil. Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, dass diese Großkatzen, diese exotischen, sich mit heimischem Haus- und vielleicht auch Wildkatzen gepaart haben sollen und dann vollkommen neue Rassen hervorgebracht haben. Genau. Da gehen wir nachher natürlich auch nochmal drauf ein. Es gibt noch ein paar andere Stimmen, die behaupten, es habe ja schon immer, gerade in Großbritannien und auch wenn man sich da mal so die Folklore anschaut, Hinweise darauf gegeben, dass es irgendwie große Katzen gibt. Und es wird sogar manchmal spekuliert, dass diese schon zu römischer Zeit irgendwie auf die Insel gekommen sind, weil wir wissen ja alle, die Römer haben da gerne mal irgendwie so ihre Tierschauen und Tierkämpfe irgendwie in Amphitheatern abgehalten. Und da sind natürlich auch so viele Tiere dann in die freie Wildbahn gelangt und haben sich dort irgendwie vermehrt und eine solide Population hervorgebracht. Tja, aber was ist nun dran? Gibt es eine Population von großen Raubkatzen auf den britischen Inseln und sind die, und das ist ja unbestritten, vielen, vielen Sichtungen, die immer mal wieder dann durch die Medien auch geistern, wenn man mal nach Alien Big Cats oder British Big Cats in einer Suchmaschine sucht, wird man sehr, sehr viele Einträge, sehr, sehr viele Augenzeugenberichte finden und auch in den deutschen Medien findet man also da ganz viele Berichte über solche Sichtungen. Was ist nun dran? Gibt es eine Population von Großkatzen oder nicht? Ja, da werden wir gleich dann nochmal ein bisschen genauer hinschauen zu diesen Sichtungen. Die sind teilweise wirklich furchteinflößend, gerade wenn man sich mal so die Geschichten anschaut, die auf den britischen Inseln so kursieren. Wir haben zum Beispiel solche Fälle wie Katzen, die so regelmäßig oder Großkatzen, die so regelmäßig auftreten, dass sie schon ja Eigennamen bekommen. Es gibt das sogenannte Beast of Bodmin. Bodmin befindet sich in Cornwall und da gibt es so eine moorige, hochmoorige Landschaft und da soll dann wirklich wiederholt eine große und auch oft schwarze Katze, das ist übrigens das Besondere, es sind ganz oft schwarze Katzen, ihr Unwesen getrieben haben und von vielen Leuten beobachtet worden sind. Genau, zum Teil wird dieses Tier oder dieses angenommene Tier auch Beast von Bodmin Moore genannt und vom Hound of Baskerville, also entschelben, wer daran denkt. Dann gehen wir mal in die Zeit um 1995 herum, das war ja die Zeit, wo das Beast of Bodmin sozusagen den größten Schaden angerichtet hat, zahllose Schafe gerissen hat, ständig gesehen worden ist und beschreiben mal ein bisschen, was dort los war. Ja, also es gibt jemanden, der ganz direkt davon betroffen war sozusagen, das war ein Farmer, der zahlreiche Schafe eingebüßt hat durch diese Bestie und da kommen wir auch schon zu einem Punkt, der ganz wichtig ist zu erwähnen. Also das sind nicht Leute, die sich unbedingt jetzt so irgendwas ausdenken und vielleicht mal in die Medien zugelangen, sondern die haben tatsächlich erstens wirklich was gesehen in den meisten Fällen und sind dann auch zudem wirklich direkt betroffen. Was heißt also, dieser Farmer hat dann im helllichten Tag auf seinem Gebiet eine große schwarze Katze herumstreifen sehen, es sind Schafe gerissen worden in der Nacht. Er hat dann sozusagen ein Schild rausgehängt sogar, um seinen Besitz irgendwie als von einer Großkatze betroffen auszuweisen, um dann Leute zu warnen. Und auch seine Nachbarn haben wirklich viele, viele Schafe verloren und eine Nachbarin sogar hat irgendwie ihre ganzen Schafe verkauft, weil sie den Verlust nicht mehr verkraften konnte. Und die schlimmste Situation seit des Nächten ist einmal ein Schrei gewesen sein, den er von einer kleinen Felskante namens King Arthur's Bed gehört hat, wo er meinte, das sei der Paarungsschrei vermutlich gewesen. Ja, wobei er sagte, also man könnte ja jetzt sagen, irgendwie ja, das ist so eine Phantomkatze, so a la Spuk, die taucht immer nachts auf. Also er hat gesagt, irgendwie gerade also an sonnigen hellen Tagen würde man die Katze vermehrt sehen. Und das ist natürlich schon ein bisschen ungewöhnlich, weil in der Nacht mal irgendwie so einen großen Schatten zu sehen, den man nicht einordnen kann, das ist die eine Sache. Aber am helllichten Tage eine Katze zu sehen, von der man annimmt, dass es nicht eine normale herumstreifende Haus- oder Wildkatze ist, sondern halt wirklich irgendwie ein Raubtier und eine Großkatze, eine exotische, das ist doch schon ganz ungewöhnlich. Wir haben an anderer Stelle ja schon mal über Großbritannien gesprochen, wo es um den Kontext von Geistern ging. Und da habt ihr ja auch in eurem Buch so ein bisschen drüber geschrieben. Es gibt ja natürlich in Großbritannien eine Tradition von Grusel- und Geistergeschichten, die sich erzählt werden. Und da ist man ganz anderen Stellenwert haben. Ganz anderen Stellenwert haben. Man ist doch gar nicht so geneigt zu sagen, das sind Spinner, sondern man hört sich diese Geschichten an bei einem schönen Pinted Bier im Pub und amüsiert sich über diese Geschichten. Und zum anderen ist es dann natürlich so, wenn man dann mal etwas sieht und oft genug diese Geschichten abends beim Bierchen gehört hat, ist natürlich die Wahrnehmung des Menschen so ein bisschen dahin geprägt, dann auch vielleicht das zu sehen, was einem vorher schon mal gesehen oder beschrieben worden ist. Das heißt, man sieht ein schwarzes, vierbeiniges Tier mit Schwanz und vielleicht noch halbwegs spitzen Ohren. Und wenn man dann nicht genau erkennen kann, was es ist, ist man aber vielleicht schon so vorgeprägt, vorgeimpft durch die Geschichten, dass man dann in dem Moment, der Mensch ist ein Mustererkenner, eine Großkatze dort erkennt. Wir haben ja jetzt eigentlich nur ein Beispiel erstmal von Großbritannien oder aus Großbritannien genannt. Es gibt diesen schwarzen Panther aber auch hierzulande, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Lass uns gerade noch ganz kurz auf den Schädel der Bestie von Bobman eingehen, weil es war ja dann so, dass man dann 1995 auch tatsächlich einen Raubkatzenschädel gefunden hat in dem Gebiet. Und das war ja für viele Leute dann der Beweis, deswegen ist die Bestie von Bobman Moore ja auch so bekannt geworden, dass es eine Großkatze gegeben hat. Man fand also einen leicht angewäßten Schädel ohne Unterkieferfädel einer Katze, einer Großkatze. Und es war sofort klar, das ist die Bestie, die ist jetzt gerade wahrscheinlich gestorben, aber ganz klar, dass sie also vorher die ganzen Tiere gerissen hat und für die Sichtung verantwortlich war. Dieser Schädel ist in das Natural History Museum in London gebracht worden, um dort identifiziert zu werden. Und man stellte fest, dass es sich tatsächlich um den Schädel eines jungen, männlichen Leoparden gehandelt hat. Also da könnte man jetzt sagen, also wir haben ja schon früher, wenn wir über sowas gesprochen haben, gesagt, okay, wenn man dann mal sowas finden würde, dann wäre das irgendwie schon so in Richtung Beweis zumindest eine ganz gute Spur. Und da werden jetzt viele sagen, okay, ja dann war das so, dann ist der da irgendwie umgekommen und damit hat man den Beweis, dass der da irgendwie gelebt hat und dann halt verstorben ist. Leider gab es dann die böse Wissenschaft, die sich diesen Schädel nochmal ein bisschen genauer angeguckt hat und zunächst mal festgestellt hat, dass in dem Schädel ein Ei, eine... Also so ein Gelege. Ja, ein Gelege einer Cockroaches. Cockroaches. Cockroaches, das fiel mir nur gerade ein. Also ein Gelege von Kackalaken-Eiern im Schädel war, was man erkennen konnte. Und da hat man dann relativ schnell festgestellt, dass diese Kackalaken auf den britischen Inseln nicht existiert, wohl aber in Südamerika. Das war also schon mal der erste Hinweis darauf, dass da irgendwas komisch ist. Und zum Zweiten war der, die Rückseite des Schädels sauber abgeschnitten. Also man hat regelrechte Bearbeitungsspuren gefunden an diesem Schädel. Also einmal Bearbeitungsspuren hinten am Schädel, wo er abgeschnitten oder abgetrennt worden ist. Und zum Zweiten sah man dann auch bei genauer Betrachtung Spuren, wo mit einem Messer das Fell bzw. das Fleisch vom Schädel abgezogen worden ist. Und das alles zusammengenommen führte dann relativ schnell dazu zu sagen, ja, das ist ein Schädel eines jungen männlichen Leoparden. Der aber nicht in Großbritannien verstorben ist. Und wahrscheinlich, so wie er aufbereitet worden ist und vor allem mit dem abgetrennten Hintergrund, so ein Leoparden-Fell-Teppich-Kopfstück war. Ja, so a la Dina for one, wir alle erinnern uns. Da war es zwar ein Tiger, aber ansonsten muss man sprechen. Oder ein Löwe, ich weiß es nicht mehr, ja genau. Und damit war dann klar, dass das wahrscheinlich einfach nur so ein entsorgter Teppich war, der entweder da in die Felder geschmissen worden ist und dann so langsam sich aufgelöst hat. Oder aber jemand sich einen Scherz erlauben wollte und diesen Kopf da hinterlegt hat. War aber natürlich in den Medien dann so, dass nach dem Schädelfund großartig über den Schädel berichtet wurde. Nachdem dann nach einiger Wochen Untersuchung im Natural History Museum klar war, um was es sich handelt, waren dann die Artikel natürlich deutlich kleiner. Wir sollten noch erwähnen in dem Zusammenhang, dass es Gesellschaften gibt, die sich in Großbritannien mit dem Ansehen und der Pflege und dem Nachweis dieser britischen Großkatzen beschäftigen. Es gibt zum Beispiel die British Big Cat Society und deren Wahlspruch lautet to prove and protect, das heißt beweisen und beschützen. Sie wollen also erstmal den Nachweis führen, dass es eben eine Großkatzenpopulation in Großbritannien gibt. Und dann wollen sie aber auch dafür sorgen und das wird auch wenn wir dann gleich nach Deutschland gehen auch nochmal Thema werden, dass diese Tiere nicht einfach abgeknallt werden und erledigt werden, sondern dass man eben schaut, wie man das Zusammenleben zwischen Großkatzen und Menschen irgendwie arrangieren kann, sodass die Tiere da auch weiterleben können in irgendeiner Form. Ganz genau. Es gibt natürlich, das wollen wir an dieser Stelle sagen, es gab Fälle von Großkatzen, die einfach entlassen wurden in die Freie Wildbahn, die auch da erschossen worden sind. Also da hat man dann auch Kadaver gefunden, wo Jäger solche Großkatzen erlegt haben. Meist ist es aber in diesen Fällen so gewesen, dass die zeitliche Nähe von dem Moment, wo die Katze entlassen worden ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie entweder gefangen oder erlegt worden ist, sehr, sehr kurz war. Das heißt, wenige Tage, wenn nicht Wochen später, hatte man diese Katze dann erledigt und Katzen, die natürlich als Kleintiere bei Menschen aufwachsen, sind in der Regel gar nicht so wirklich in der Lage, in einem freien Habitat sich zu ernähren und Nahrung zu finden. Das klappt nur ganz bedingt, zumindest um am Leben zu bleiben. Also insofern, die BBCS, so nennen sie sich als Abkürzung, British Big Cat Society, die Seite werden wir mal verlinken. Da wird man nämlich einige Fälle finden und 2005 hat es offensichtlich auch einen Schädelfund gegeben, denn weder auf der Seite weiter kommentiert ist noch haben wir etwas weiteres darüber gefunden. Insofern können wir da nicht sagen, ob das jetzt vielleicht auf deinem Teppich oder vielleicht sogar der Schädel einer in der Realität verstorbene Wildkatzen in Freie Wildbahn war. Ich hatte vorhin noch was vergessen, ich möchte noch hinweisen in dem Zusammenhang auf die sogenannte Kellerskatze oder Cat She, wie sie auch genannt wird, aus der britischen Mythologie entstammend, aus der gälischen. Und das ist eine große schwarze Wildkatze, deren Existenz man sonst immer vermutet hat, auf die es aber wirklich handfeste Hinweise gab in den 80er Jahren vermehrt. Dort sind nämlich dann diese mythischen schwarzen Katzen ein paar Mal gefangen, erlegt worden. Man konnte nur selten so recht rausfinden, was es nun ist. Ist es irgendwie ein Wildkatzen-Hauskatzen-Hybrid oder etwas in der Richtung oder irgendwie eine Mutation oder was auch immer. Man hat relativ selten dann weitere Katzen gefunden in den 90er Jahren und auch in den letzten Jahren kaum, sodass man davon ausgehen muss, dass es unter Umständen mal so eine Hybridrasse gegeben hat. Aber die Population ist inzwischen so stark zurückgegangen, dass man da kaum noch was nachweisen kann. Das ist eine relativ große schwarze Katze mit struppigem Fell und einem weißen Fleck an der Brust, also relativ nah an Beschreibungen, die so eben auch aus Märchen und Sagen bekannt waren. Und dann hat man aber teilweise auch eben Exemplare gefunden, die dem relativ nahe kamen. Gut, dann haben wir also jetzt mal die britischen Inseln vielleicht zunächst mal abgegrast und wenden uns mal Deutschland oder dem mitteleuropäischen Raum mal zu. Und auch da gab es natürlich Sichtungen von sogenannten Alien Big Cats, ne? Ja, es gibt gerade hier in Deutschland den Rüvertal Panther, Kater sage ich schon, und auch den Eifel Panther. Das sind so Gestalten, die eigentlich immer wieder mal auftauchen. Die hatten ein ganz besonders gutes Jahr, vor allen Dingen auch der Eifel Panther 2010. Und da geisterten sie also wirklich durch die Medien noch und nöcher und viele Leute wollten sie gesehen haben. Man kann sich ganz viele Videos angucken auf YouTube und es wurde schon darüber spekuliert, ob man jetzt diesen Panther abschießen sollte. Oder es gab auch Gruppierungen, die gegen den Abschuss protestiert haben und ja, so Gruppen, die sich dann gegenseitig bekriegt haben. Das Problem war aber nur, man konnte nicht mal nachweisen, dass es diesen Panther wirklich gegeben hat. Genau, wir haben im Mai 2012 gab es dann auch nochmal so eine Geschichte in der Schweiz, wo es wieder einen Panther gegeben haben sollte. Also diese Geschichten tauchen immer mal wieder auf. Und meist wird dann auch irgendwer vom Forstamt oder von irgendeiner Behörde zitiert, der sagt, naja, wenn es so viele Sichtungen gibt, dann seien sie mal vorsichtig, wenn sie in den Wald gehen. Das wird dann in den Zeitungen meist so dargestellt, als ob dieser Experte in Anführungsstrichen davon überzeugt ist, dass es die Tiere gibt. Aber natürlich sagt er nur, wenn es denn so viele Sichtungen gibt, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass da was dran ist. Meist haben die Forstbeamten selber diese Großkasten nicht gesehen. Und die YouTube-Videos, wir werden euch mal so einen kleinen Strauß davon in unserem Forum verlinken, da könnt ihr euch mal durchklicken. Die lassen, wenn man sie dann mal sehr nüchtern betrachtet, doch eher den Schluss zu, dass das meiste Katzen, Hunde oder andere Geschichten, also andere Kleintiere sind, die wenig beeindruckend sind. Und gerade bei dem Eifelpanther gibt es ein Video, was mir so vor Augen ist, wo man so einen Waldweg sieht und da wird also gesagt, da ist ein Eifelpanther und ich habe mir das Video jetzt schon diverseste Male angesehen und ich sehe da einfach nur einen großen schwarzen Kater. Ich meine, wir haben ja zwei von diesen Skeptik-Cats hier auch rumlaufen. Und das soll übrigens nicht heißen, dass die Leute Schwinder sind, die diese YouTube-Videos einstellen. In dem Moment, wo man natürlich von den Medien und der Presse sozusagen angespitzt wird, dass da was herumläuft und man sieht dann so ein Tier und über eine größere Distanz, dann fehlt einem manchmal der Bezug zur Größe des Tiers, was man da filmt. Und man ist dann nicht so gut daran zu erkennen, ist das Tier jetzt einen Meter hoch oder ist das Tier ein paar Zentimeter, 30 Zentimeter wie eine Katze zum Beispiel hoch und neigt dann vielleicht dazu, die Größe des Tiersfalls einzuschätzen und dann anzunehmen, dass es sich hierbei um eine Großkatze handelt. Dabei handelt es sich im Zweifelsfall tatsächlich nur um eine Hauskatze, im besten Fall vielleicht noch um eine Wildkatze. Und dieses Experiment könnt ihr übrigens mal machen, wenn ihr Dinge filmt mit einer Videokamera. Das menschliche Auge sieht Dinge ganz anders als in der Filmkamera, gerade wenn es auf größere Distanzen geht, täuscht das Gehirn einem manchmal Dinge vor, die so eine Filmkamera dann gar nicht so aufzeichnet, wie man es denn vorgenommen hat. Es ist, wie wir schon vorhin angesprochen haben, auch auffällig, dass es in der Regel sehr, sehr häufig schwarze Tiere sind, die da gesehen werden. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, also ein schwarzer Panther ist so die Nummer eins unter den Sichtungen, also ein schwarzer Leopard oder ein schwarzer Jaguar. Die per se ja schon mal selten sind. Die per se schon mal selten sind, genau. Und eventuell ist es auch so, dass man gerade bei einem schwarzen Tier eben die Größenverhältnisse besonders schlecht abschätzen kann. Also gerade wenn man das Tier dann eben aus weiterer Entfernung sieht, dann fehlt einem doch in der Natur so der Vergleich. Aber warum sind wir jetzt so kritisch? Warum sagen wir, das kann gar nicht sein? Und da müssen wir nochmal ganz kurz zurückkommen zu den anderen Kryptozoologiefolgen, wo es ja um den Bigfoot ging, wo es um Nessie ging. Und auch hier gilt natürlich wieder, damit über Jahrzehnte, also wenn wir mal auf die britischen Inseln gucken und sagen, diese Gesetzesänderung war 1976, bis heute wären es dann 36 Jahre. Um auf den britischen Inseln über 36 Jahre eine große bestehende Population von Großkatzen haben zu müssen, würde es nicht reichen, wenn fünf Großkatzen 1976 mal vor die Tür gesetzt worden wären. Es braucht viel mehr Tiere, die dann eine gesunde Population erzeugen. Man muss ja auch bedenken, dass wenn nur fünf Tiere da sind, die irgendwann anfangen, sich inzestiös fortzupflanzen, was Defekte nach sich zieht. Das ist nämlich bei Katzen so, dass die nicht innerhalb einer Familie richtig gut sich fortpflanzen können. Und die Tiere selber brauchen auch extrem große Reviere, um dieses Gebiet abzudecken. Und wenn es denn so viele Großkatzen gäbe, also England hat natürlich auch ähnlich wie Deutschland viele Landstriche, wo es eher grün ist und nicht so eng besiedelt ist. Aber dann müsste es noch deutlich mehr Sichtungen dieser Großkatzen geben. Man kann sich auch mal vor Augen führen, es wird ja unter Umständen sogar versucht, solche Wildtiere wieder in Deutschland zum Beispiel anzusiedeln. Also wenn man daran denkt, dass Wölfe hier teilweise wieder angesiedelt werden, auch Luchse wieder angesiedelt werden in Deutschland, zum Beispiel im Bayerischen Wald. Das ist gar nicht so einfach, so eine Population überhaupt zu erreichen, die überlebensfähig ist. Bei Luchsen hat man zum Beispiel das Problem, dass Luchse nur ein Revier für sich beanspruchen, das ja sozusagen ein Nachbarrevier eines bereits vorhandenen Luchses ist. Und das macht das Ganze natürlich schwer. Also wenn man da mit einem Luchs anfangen möchte und da ist weit und breit kein anderer, dann hast du natürlich schon irgendwie ein Problem mit der Ansiedelung. Also da hat man teilweise wirklich große Probleme, das sogar gesteuert und unterstützt zu tun. Und dann kann man sich also vorstellen, wie schwierig das für exotische Großkatzen ist, die überhaupt nicht hierher gehören, sich hier irgendwie anzusiedeln. Jetzt werde ich vielleicht den einen oder anderen gerade Luft holen, hören vor seinem Abspielgerät und sagen hören, naja, aber Katzen können ja sich untereinander auch fortpflanzen. Und vielleicht ist es dadurch dann möglich, dass so eine Population entsteht, in dem vielleicht eine Großkatze sich mit einer Wildkatze oder gar einer großen Hauskatze paart. Also Wildkatzen und Hauskatzen kommt sehr selten vor, ist aber möglich. Es ist vor allen Dingen auch möglich, auch das ist ganz spannend, da werden wir euch manchmal auch eine, in dem Fall englischsprachige Seite, aber eine ganz spannende Seite verlinken, nämlich die verschiedenen Kombinationen von Großkatzen, die sich untereinander paaren können. Das ist richtig. Es gibt sogenannte Liga, es gibt Tigons und die diversen Arten. Jaguare können sich paaren mit Tigern, Leoparden können sich mit Löwen paaren. Also tatsächlich ist das alles möglich, da bei den Großkatzen untereinander eine Hybridpaarung vorzunehmen. Problem bei den Hybriden, bei den Großkatzen erstmal untereinander ist, dass die Männchen steril dabei sind. Die Weibchen sind tatsächlich fruchtbar und würden dann aber wieder neue Hybride nach sich oder zur Welt bringen, jeweils. Also da gibt es zunächst mal die Möglichkeit, ähnlich wie das beim Esel und beim Pferd ist, Hybride herzustellen. Das Problem ist tatsächlich, dass eine Großkatze eine Hauskatze zunächst mal als Beute wahrnehmen würde. Das denkt man an die größten Verhältnisse, kommt das auch schon. Aber gut, so ein Leopard ist vielleicht nicht so groß wie ein Löwe, aber immerhin grundsätzlich erstmal Beute. Und zum Zweiten ist es dann tatsächlich so, dass die Fortpflanzungstrakte gar nicht in der Lage wären, von einer Hauskatze den Fötus einer Großkatze zu verarbeiten, beziehungsweise die Paarung wäre da nicht möglich. Also eine Großkatzen-Hauskatzen-Hybrid-Paarung ist biologisch gesehen nicht möglich. Also schließt, da werden wir euch nochmal eine Seite verlinken, die das dann auch vernünftig erklärt, biologisch. Das kann man ausschließen und auch auf diesem Wege kann also sozusagen eine Alien-Big-Cat-Population nicht bestanden haben. Eine Frage, die vielleicht noch auftaucht, könnte sein, so könnte ich mir vorstellen, ja was hat denn dann in England oder in Großbritannien die Schafe gerissen? Das ist natürlich eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Und selbst die Landwirtschaftsbehörden und Forstwirtschaftsbehörden in Großbritannien, die 1995 übrigens auch eine Studie durchgeführt haben, ob so etwas vorkommen kann, so eine Großkatzen-Population, halten sich da etwas zurück. Sie sagen, wir haben, oder fangen wir andersrum an, wir haben keine Möglichkeit zu beweisen, dass es keine Großkatzen in Großbritannien gibt. Der Satz geht aber noch weiter. Genauso wenig können wir beweisen, dass es in Großbritannien keine Feen, Elfen und Kobolde gibt. Also etwas zu beweisen, dass es das nicht gibt, ist verdammt schwer. Wir hätten zum Beispiel auch Probleme zu beweisen, dass es Schneewittchen nicht gibt. Nur andersrum fällt es denjenigen eben, die beweisen möchten, dass es solche Großkatzen in Großbritannien gibt, auch verdammt schwer eben dieses zu tun. Was dann unter Umständen für den Schafriss verantwortlich sein könnte, sind dann wohl eher Entlaufende oder wilde Hunde. Oder, ja, das ist natürlich jetzt schwer zu vermuten, eventuell Wildkatzen oder wie auch immer. Genau, genau. Aber keine Großkatzen in der Regel. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie dann so Schafe gerissen werden können. Wir haben nochmal eine Seite. Luchse gibt es übrigens in Großbritannien nicht. Keine Luchse. Also schließen wir da schon mal den Luchs aus. Wir haben noch eine Seite gefunden, die ist auch ganz interessant, auf der PETA-Seite. Und zwar über Unfälle und Ausbrüche mit Großkatzen in Deutschland ab 2009. Sie schreiben zwar, dass die Liste keine Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Aber die Ausbrüche in Deutschland von Großkatzen, die ja im Zweifelsfall dann für eine Sichtung von Großkatzen aus Zoos oder Zirkussen, also Ausbrüche aus Zoos oder Zirkussen, erklären könnte, dass man sie dann sieht. Da hat es einmal im September 2009 einen Ausbruch gegeben und im März 2011 jeweils ein Löwe. Und beide Male ist aber dieser, also 2009 war es ein Löwe, 2011 waren es zwei Löwen, sind die beiden Löwen entweder eingefangen oder bei dem Fall von 2011, wo es ein Löwin und ein Löwe war, ist die Löwin dann von der Polizei erschossen worden, um Schlimmeres zu vermeiden. Der Löwe ist eingefangen worden. Also die sind dann auch nicht verschwunden und waren in irgendwelchen Wäldern aktiv. Wir bleiben, wenn wir das zusammenfassen, bei den Alien Big Cats dabei, dass es keinen Nachweis für eine Population von Großkatzen in Mitteleuropa bzw. Großbritannien gibt. Die vielen, vielen Sichtungen, die ihr euch natürlich auf YouTube mal anschauen könnt, da könnt ihr selber mal mit einem gewissen Abstand mal interpretieren, haben das ähnliche Wahrnehmungsproblem wie UFO-Sichtungen zum Beispiel. Man sieht was oder Geistern, das ist ja unbestritten. Aber die Frage ist eben dann, ob man das, was man gesehen hat, richtig wahrgenommen und richtig interpretiert hat. Und in vielen Fällen muss man dann sagen, mit ein bisschen Abstand, wenn man sich die Videos anguckt, sieht merkwürdig aus. Aber das scheint auch kein Panther und kein Leopard oder sonstiges Tier gewesen zu sein. Genau, also die Jagdbeute, die wäre doch auch wesentlich größer, wenn es eine gesunde Population gäbe. Und somit bleibt auch an dieser Stelle wieder über Außer Spesen nichts gewesen. Aber schöne Geschichten. Schöne Geschichten. Die Sache mit den Hybriden ist vielleicht nochmal ganz interessant, sich das mal anzulesen, anzuschauen. Das ist ganz, ganz spannend. Also die Liga hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm. Die sehen sehr amüsant aus. So ein Löwe mit so einer kleinen Mähne und so hellen Streifen und so Tigerpunkten im Gesicht. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Also das war nochmal interessant, das zu lesen. Und übrigens, wer sich mal mit den europäischen Wildkatzen beschäftigen möchte, das ist eine ganz tolle Art. Die sehen nicht nur ganz, ganz interessant aus. Das sind auch wirklich sehr, sehr faszinierende Tiere, weil die super scheu sind, sehr zurückgezogen, schwer überhaupt irgendwie zu packen zu kriegen. Die lassen sich niemals zähmen. Das heißt, es ist vollkommen unmöglich, sich eine Wildkatze irgendwie zu Hause zu halten, selbst wenn man sie irgendwie aufziehen würde. Und wer da mal sich was anlesen möchte, kann ich nur empfehlen. Sehr spannend. Macht Spaß. Und für all diejenigen, die in letzter Zeit so ein bisschen kommentiert haben in Richtung Huxilla, wäre eine Sendung, die könnte auch Captain Obvious machen. Sei nur immer wieder gesagt, dass wir sehr, sehr viele Zuschriften gerade auch von kritischen Menschen bekommen, in Anführungsstrichen kritischen Menschen, die, nachdem wir selbst eine halbe, dreiviertel Stunde in einer Sendung dargelegt haben, warum zum Beispiel die Sonne nicht kalt ist, immer noch uns die gleichen Argumente um die Ohren hauen und sagen, nee, die Sonne ist doch kalt zum Beispiel oder wahrscheinlich, oder vielleicht nach dieser Sendung sagen, nein, ich habe aber einen Leoparden gesehen in Neuruppin oder was weiß ich, irgendwo oder in der stetslich-holsteinischen Schweiz, keine Ahnung. Uns geht es nochmal darum, deutlich zu machen in unserer Sendung, wie recherchiert man ein Thema, was für Quellen kann man zu Rate ziehen, ein Artikel alleine reicht nicht aus und in der Recherche mal zu schauen, den einen oder anderen Experten zu fragen, wie kann denn man mal überprüfen, ob an einem Thema etwas dran ist oder nicht und dann mag das natürlich für den, sagen wir mal, wissenschaftlich-kritischen Menschen per se immer Captain Obvious sein, der sagt, es gibt keine Großkatzenpopulation und trotz allem kann die Beschäftigung mit dem Thema interessant sein und diese Sendung ist einfach wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man mal ein bisschen in die Tiefe recherchieren kann und gucken kann, was es mit diesem Phänomen auf sich hat. So, dann hören wir erstmal, was es mit der Katze im Flugzeug auf sich hatte. Ja, ob das auch so offensichtlich ist. Die Auflösung Ja, ist die Geschichte mit der toten Katze im Fluggepäck, die dann durch eine liebende Katze ersetzt wird, wahr oder stunken und erlogen? Ja, sie ist natürlich nicht wahr. Das ist eine nette kleine Geschichte, die es, das habe ich schon so oft gesagt, in ganz, ganz vielen Varianten gibt und lustigerweise auch eine Variation auf eine Geschichte, die mir so als erste Urban Legend erzählt worden ist, als ich noch ganz klein war, von meiner Tante und meinem Onkel, lustigerweise auch in Hamburg lebend. Das ist dann Freunden von Freunden von Freunden passiert, man kennt das ja. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die schon mal bei Hoaxilla hatten, ich erzähle es auch nur ganz kurz. Eine Familie schickt ihren Hund abends nochmal vor die Tür und der Hund kommt dann rein und hat ein verdrecktes, irgendwie totes Kaninchen in der Schnauze. Die Familie denkt, oh nein, oh nein, ist der irgendwie bei Nachbarn eingebrochen in den Stall und hat dann Kaninchen gerissen und die Familie wäscht das Kaninchen, föhnt es trocken, legt es dann heimlich, steht und leise in der Nacht in den Stall zurück und hofft, das Ganze dann irgendwie vertuschen zu können, sodass es so ausschaut, als wäre das Kaninchen da irgendwie ganz normal gestorben im Stall. Und dann kriegen sie nach ein paar Tage einen Besuch von den Nachbarn und die erzählen, uns ist da eine Wahnsinnsgeschichte passiert. Wir haben unser Kaninchen, das gestorben ist, im Garten vergraben, haben dann eine Beerdigung gemacht und jetzt kommen wir irgendwie kürzlich zum Stall und dann liegt da das gewaschene, saubere Kaninchen, was wir begraben hatten. Und das herrscht natürlich ein bisschen betretene Stille. Und ja, es hatte sich eben herausgestellt, dass sie das Kaninchen begraben haben und der Hund hat dann das Kaninchen einfach im Garten ausgeburtet. Also eine weitere Variation der Geschichte, ganz bekannte Urban Legend. Und wenn wir gerade bei den Friend of a Friend, Nachbarn des Nachbarn, Urban Legend Geschichten sind, können wir noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf unsere Sendung bei D-Radio Wissen, wo wir zu Gast sein durften, jetzt am Freitag in der sogenannten Redaktionskonferenz, so heißt die Sendung. Da ging es um Verschwörungstheorien, und moderne Sagen, also Urban Legends. Und da gibt es einen Link auf unserer Homepage zu der Sendung bei D-Radio Wissen, die kann man sich noch mal anhören. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften. Das war wirklich eine tolle Geschichte, da zugeschaltet zu werden nach Köln und dann Radio machen zu können. Ja, mal echt das Radio. Da kommen wir irgendwann auch nochmal hin. Bei der Gelegenheit nochmal für all diejenigen, die noch ein bisschen mehr über Huxilla wissen wollen. Der Hinweis, es gibt uns bei Google+, es gibt uns bei Facebook, es gibt uns bei Twitter. Dafür sind die Symbole auf unserer Homepage auf der richtigen Seite. Und je nachdem, wo man, in welchem Netzwerk man ist, kann man uns da auch folgen. Und da gibt es dann auch immer mal News bei ADN, also App.net. Dem neuen System sind wir inzwischen auch. Wer da ist, da sind wir gerade dabei, unsere gesamten Accounts. Man entkommt uns irgendwie nicht, ne? Naja, man muss uns da ja nicht folgen. Also man kann zumindest ganz viele Informationen von uns bekommen, wenn man das denn möchte. Bitte. Unser Gewinnspiel sollten wir ansprechen. Oh, ganz wichtig. Wir haben ja eigentlich... Aber wir haben schon so tolle Einsendungen bekommen. Also wir haben uns köstlichst amüsiert über diese überaus originellen Aluhut-Bastelanleitungen. Genau. Und eigentlich wäre ja heute Stichtag gewesen, um Aluhute einzureichen, um, vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, es gibt dreimal das Buch Gedankenwelten von Sebastian Bartschek zu gewinnen. Wer das möchte, sogar auch mit Original Signatur. Das wird sogar klappen, weil wir Sebastian in 14 Tagen spätestens sehen. Und dann kann er die Bücher signieren. Also zumindest auf alle Fälle mit der Signatur des Autors. Wer will, dass wir da darauf noch unterschreiben, das machen wir natürlich gerne auch. Aber eigentlich ist das ja Sebastian Buch. Der JMB-Verlag hat die Bücher da freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und dreimal gibt es das Buch zu gewinnen. Und die beste Aluhut-Bastelanleitung wird Sebastian Bartschek dann demnächst bei seinen Science-Slam-Auftritten, Vorträgen, was auch immer, dann für das Publikum verteilen. Und derjenige, der also die beste Aluhut-Bastelanleitung kreiert hat, wird dadurch dann quasi unsterblich werden. Und eigentlich haben wir gesagt, bis zum 3. März. Letzte Woche ist aber eine Sendung ausgefallen. Genau, da hatten wir dann irgendwie ein paar Probleme und konnten nicht senden, was uns sehr leid tut. Deswegen verlängern wir die Einsendefrist nochmal um eine Woche. Das heißt, ihr habt bis zum 10. März jetzt nochmal Zeit, uns eine Aluhut-Bastelanleitung einzustecken. Und danach... Also verständlich, originell, lustig, darüber hinaus, wie ihr gerne möchtet. Ob als Comic, als Text oder whatever. Lasst euch was einfallen. Genau. Und dann werden wir das dann verlosen, eine Woche später, also am 17. März dann. Noch ein Hinweis, den wir geben wollen, weil wir das eine ganz tolle Idee finden. Leider können wir da nicht hin. Aber wer sich für Raumfahrt und Wissenschaft interessiert, da geben wir euch nochmal den Hinweis, dass es am 8. April, das ist ein Montag, in Darmstadt Raumzeit live on stage geben wird. Raumzeit ist ja der Podcast von ESA und im DLR, gemacht von Tempered Love. Das ist so ein Nachwuchspodcaster, den kennen nicht ganz so viele Leute, aber auch dem kann man ja mal unter die Arme greifen. Und am 8. April gibt es da also eine quasi Live-Sendung live on stage mit zwei interessanten Gästen. Und wir werden das verlinken. Der Eintritt ist da frei. Und es gibt, ich glaube, 400 oder 300 Sitzplätze. Also die, da sollte man sich anmelden. Ich glaube, die Plätze werden relativ schnell weg sein. Da sollte man sich verdammt beeilen. Also ich glaube, der Verkauf geht rasend schnell. Die Reservierung. Die Reservierung. Genau, da sollte man schnell zuschlagen. Genau, das noch als Hinweis. Dann, was es noch als Hinweis gibt, ist, dass der Skeptiker, also das Magazin der GWUP, demnächst erscheinen wird, wieder in der Ausgabe 1 2013. Und das ist ja ganz oft auch an uns herangetragen worden, die Bitte, ob es den dann nicht als PDF oder EPUB gibt für digitale Lesegeräte. Und ich habe auch heute erfahren, oder gestern ging das schon rum auf den Social Media Kanälen. Und ich habe nochmal nachgefragt bei der GWUP. Ja, ab 2013 die neuen Ausgaben des Skeptikers können auch digital erworben werden. Also für all diejenigen, die sagen, ich will mir keine Zeitschrift mehr ins Regal stellen, aber ich will mir gerne oder würde die Zeitschrift gerne digital lesen. Das wird gehen. Da kann man vielleicht auch mal der GWUP bei Facebook oder so folgen oder auf Google Plus oder auf Twitter, weil da wird es sicherlich dann auch dementsprechend die Ankündigung geben oder bei uns zuhören. Wir werden es natürlich dann auch nochmal publik machen. Dann gibt es am Samstag, das müssen wir auch noch ankündigen, während der Leipziger Buchmesse, da sind wir nämlich ein Hörertreffen. Achso, jetzt nicht kommenden Samstag, sondern den drauf. Am 16. März werden wir im Rahmen der Leipziger Buchmesse ein Hörertreffen machen. Wir haben noch keine Location. Das kennt ihr aber schon von uns. Aber wir werden irgendwo was finden in Leipzig, wo wir uns treffen werden. Wir sind da mit Sebastian Bartoschek zusammen. Also wird es ein Dreiertreffen geben. Also Psychotalk wird in Teilen vertreten sein, Bartokast und natürlich Huxilla und Black Street Stories wird dort vor Ort sein. Und wer Interesse hat, uns drei, also Alexa, mich und den Herrn Bartoschek mal kennenzulernen auf dem Bierchen, der möge sich den 16. März mal markieren. Ich würde jetzt mal spontan sagen, so ab 20 Uhr. Und das werden wir aber noch publik machen. Wer da unbedingt teilnehmen will und sagt, das trage ich mir unbedingt ein, da komme ich sofort hin, schreibt einfach an info.huxilla.de eine Mail. Genau dahin kann übrigens auch die Aluhut-Bastelanleitung geschickt werden. Und dann hoffen wir, dass wir euch im Rahmen der Leipziger Buchmesse treffen werden. Muss ich noch was erzählen? Oh ja, wir haben noch ein Heimprojekt, was wir starten werden demnächst. Ist das denn noch so geheim? Ja? Ja, das ist noch nicht geleakt. Okay. Es wird noch was geben. Und zwar von Alexa und mir tatsächlich in dem Fall. Also ihr müsst im Podcatcher schon mal einen weiteren Slot mal freihalten. Da wird es also kurzfristig noch was geben, was über viele Monate immer mal wieder gewünscht worden ist. Und wir haben uns da lange Gedanken darüber gemacht, wie wir das konzeptionell umsetzen sollen. Haben jetzt eine Idee gefunden. Und es wird noch was Neues geben. Das wird aber noch nicht verraten. Aber die Arbeiten daran laufen auf Hochtouren. Und so fast alles ist schon beieinander. Und da wird es noch etwas Neues von uns geben. Als wäre das nicht schon genug. Als würden wir nicht genug machen. Schall und Rauch hat es auch eine neue Folge gegeben. Und gestern ist mit einem Tag Verspätung das neue Skeptoskop erschienen. Diesmal zu Gast Sven Rutloff, der ja aus dem Psychotalk euch auch bekannt sein sollte. GWOP-Mitglied. Und das Besondere bei Sven Rutloff ist, dass er ja viele Jahre in Großbritannien gelebt hat. Ja, ich wollte gerade sagen. Wie war Britannia? Der neue Stern am Podcast-Himmel. Ja, ja. Aber diesmal geht es ja ein bisschen mehr um das skeptische Denken. Das ist ja bestimmt schon einigen bekannt. Genau. Über die britische Skeptikerszene, Skeptikers in the Pub und auch über die amerikanischen Skeptiker, weil Sven doch häufiger auch in den Vereinigten Staaten und Großbritannien war. Vier Jahre dort ja gelebt hat. Und das ist eine sehr interessante Skeptoskop-Sendung mit vielen Informationen, die man vielleicht so über die Skeptiker-Bewegung noch nicht hatte. Das kann man sich dann auch nochmal anhören. Und du hast natürlich auch jeden Freitag wieder eine neue Folge der Black-Suit-Stories aufgenommen. Old News. Jetzt sollten wir vielleicht mal Feierabend machen. Ja. Und die Leute in ihren Sonntag entlassen, denen wir euch dann auch noch wünschen einen schönen Rest Sonntag. Oder wenn auch immer ihr dann, wenn ihr nicht im Relive dabei seid, die Folge hört, wünschen wir euch eine schöne Woche, eine gute Zeit. Haltet die Ohren steif. Und bis dahin, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Record-Shoe-Production aus dem Jahre 2013.